Am Samstag, den 24. November, veranstaltet das Special Needs Team am Trainingsgelände des Allianzstadions ein öffentliches Training. Dazu laden die Hütteldorfer alle mit einer körperlichen oder geistigen Beeinträchtigung im Alter von 16 bis 35 Jahren recht herzlich ein. Die wichtigsten Voraussetzungen, die man mitbringen sollte, sind Teamgeist, der Spaß am Fußball und natürlich auch die Möglichkeit zur Ausübung des Sports. Außerdem werden ein Trainingsgewand, Fußballschuhe, Duschzeug und eine Trinkflasche benötigt. Um eine zeitgerechte Anmeldung wird gebeten.